Gute wie bei HellDragonLP und ich begrüße euch zu einem Valère Germain Man of the Match Player Review. Ja, ich habe mich eurer Kritik angenommen und habe die letzten zwei Tage damit verbracht, ein Spielebewertungssystem zu finden, mit dem ich persönlich leben kann und was dann auch mehr oder minder eine gute Benotung auf langer Sicht hinaus dann darstellt. Werdet ihr zum Schluss sehen, ich hoffe es gefällt euch. Schauen wir uns erstmal die Werte von Germain an und es ist quasi ja der Second Informant und dementsprechend fallen natürlich auch seine Steigerungen aus. Hauptaugenmerk bitte auf die 99 Kopfballgenauigkeit plus 20 geupgradet und 99 Beweglichkeit hatte. Er ist 1,80 groß. Klingt eigentlich sehr vielversprechend. 99 Kopfball, 99 Beweglichkeit. Sehr schön. Zwei Sachen habe ich aber, oder eine Sache habe ich dann noch geändert, die Zusammenstellung der Videoclips. Ich habe jetzt das Hauptaugenmerk sozusagen bei Stürmern erstmal auf das Passen und auf den Abschluss gelegt. Ihr werdet jetzt zuerst ein paar Passbälle sehen. Einen langen glaube ich und eine Torvorlage und dann glaube ich noch irgendwas. Dann kommen Chancen, die er nicht reingemacht hat. Das hat sich verändert. Das habe ich euch eigentlich nie gezeigt. Jetzt kommen auch Chancen. Bekommt ihr auch Chancen zu sehen, die nicht reingegangen sind und zum Schluss dann natürlich die Tore und dann das neue Bewertungssystem, wo ich dann auch nochmal näher drauf eingehen werde. Wird also ein etwas längeres Player Review, aber wenn das dann einmal steht, geht dann alles wieder seinen normalen Gang. So, jetzt fangen wir aber an. Germont hat ein Tempo von 81 Beschleunigung und 83 Endgeschwindigkeit. Das ist für einen Mann, für einen Stürmer seiner Qualität vollkommen in Ordnung. Er kann den Leuten weglaufen und man kann ihn auch als Targetman anspielen. Ja, mehr oder minder, denn da fehlt ein bisschen seine Stärke, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Passt auf jeden Fall einigermaßen. Es passt auf jeden Fall, das Tempo. So wollte ich das sagen. Das Zweite, wo ich da nochmal zu sprechen drauf komme, im positiven Sinne, ist seine Beweglichkeit, wie gesagt, mit 99. Dazu hat er einen Reaktionswert von 84. Das bedeutet, automatisch diese beiden Werte ergeben dann, dass er die Spezialität Akrobat bekommt. Akrobat sorgt ja dafür, dass er kunstvoll den Ball auch mal annehmen kann. Also auch in schwierigen Situationen kriegt er den Ball sehr gut unter Kontrolle und das kann ich bestätigen. Er hat eine Ballkontrolle von 86. Auch hier seht ihr, wie er den Ball sich ohne Probleme aus der Luft runterholen kann und dann zum Torabschluss kommt. Eine sehr tolle und feine Sache. Hat mir sehr gut gefallen. Dann möchte ich auf sein Passspiel zu sprechen kommen. Er hat 86 kurzer Pass, einen langen Pass von 70 und eine Übersicht von 86. Und das macht ihn auf jeden Fall zu einem Spieler, den man ohne Bedenken auch ins Zentraloffensive reinsetzen kann, denn sein Passspiel ist überragend. Er hatte bei mir in allen sechs Spielen, habe ich mit ihm gemacht, eine Passgenauigkeit von 91,8%, denn auch das hat sich geändert. Ich schaue mir die Statistiken an, kommen mir aber später nochmal dazu. 91,8% der Pässe sind bei ihm angekommen und er hat insgesamt 122 Pässe gespielt und gerade mal zehn davon sind nicht angekommen. Natürlich war das überwiegende davon der kurze Pass, aber trotzdem ein sehr beachtlicher Wert, zumal man ja hier in der Futsch Champions Weekend League unterwegs war. Dann haben wir dann das Pass, Entschuldigung, der Schuss natürlich. Und der Schuss hat mir sehr gut gefallen, besonders sein Abschluss, da hat er 88 den. Er hat dreieinhalb Schüsse aufs Tor gebraucht, um ein Tor zu erzielen. Das finde ich sehr gut und weit über 50% seiner Schüsse sind auch aufs Tor gekommen. Hervorragend, dazu hat er eine Schusskraft von 85, einen Longshotwert von 83, der war jetzt aber nicht so tolle und eine Positionierung von 90. Also das ist auch ein sehr schönes Gesamtpaket, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Kurz noch zu sprechen auf seine Ausdauer, da hat er 93 stehen, das ist also auch ganz toll. Und das einzig Negative, was ich Germain gebe, ist seine Stärke. Er hat 67 Stärke und lässt sich dann doch das eine oder andere Mal ein bisschen weit wegdrücken, was sehr, sehr schade ist. Kurz dann noch zur Sprache kommt dann auch noch sein Kopfballspiel. Ich bin leider nur sehr selten dazu gekommen, da ich ein bisschen meine Spielart und Weise geändert habe jetzt für dieses Wochenende und weniger wie die Flügelspiele, wie ich es noch vorher gemacht habe. Deswegen bin ich nicht allzu häufig hin dazu gekommen, ihn damit einzusetzen. Aber ich habe es dann nicht in Form gespielt und weiß um die Stärken. Und jetzt hat er 99 da stehen. Also kann man sich darauf, denke ich, einfach mal verlassen. So, das war es von dem, was ich euch erstmal zu Germain zu erzählen habe. Hier kommt sein letztes Tor. Jetzt kommt wie immer die Übersicht. Die sechs Spiele, acht Tore, eine Torvorlage, 34.500 habe ich bezahlt. Und das ist die neue Übersicht der Spielerbewertung. Und zwar gibt es die Kategorie Tempo schießen, passend trippeln, Physis und Besonderheiten und die Performance in diesen Spielen, die er für mich gemacht hat. So, und dann suche ich, werde ich jetzt zukünftig alle Punkte benoten, von 1 bis 10, ganz normal. Nehme dann zum Schluss alle Werte zusammen, teile sie durch diese 20 Positionen und dann bekomme ich die Benotung. Dann werde ich einen halben Punkt jeweils nochmal dazu oder abziehen, nach eigenem Ermessen. Das hat was mit seiner Performance zu tun und die Besonderheiten, die er hat. So, dann werde ich zukünftig auf die einzelnen Punkte eingehen. Tempo und Schießen, da wie gesagt sein Abschluss hervorragend und seine Positionierung hat mir sehr gut gefallen. Auch hier nochmal unten ein Augenmerk, 28 Schüsse, 19 davon aufs Tor, 9 hat er vorbeigesetzt und er hat 3,5 Chancen gebraucht, um ein Tor zu erzielen. Das ist ein ganz ordentlicher Wert. Bei Passen und Dribbling hat mir besonders sein kurzer Pass gefallen, seine Reaktionszeit und die Dribbling-Beweglichkeit-Kombination hat mir sehr gut gefallen. Mit 99 Beweglichkeit kann man einiges anstellen, selbstverständlich. Und bei der Physis überzeugt er mich natürlich mit seinem Kopfballspiel. Auch im Mittelfeld muss man ja hier dazu sagen, das hat ja nicht mehr was mit dem Abschluss zu tun. Hier hat man aber wiederum die Stärke nicht so wirklich zugesagt und ein bisschen die Aggression hat gefehlt. Unten drunter bei den Besonderheiten und Performance-Besonderheiten hat er halt eben den Akrobat, was sich aus diesen beiden Werten zusammensetzt und den Finesse-Shot, den angeschnittenen Schuss, hat er auch noch und den sollte man mit ihm auf jeden Fall auspacken. Hier unten dann drunter noch einmal die Stats. Angekommene Pässe, kurz, mittel, lang. Also 85 Kurzpässe sind angekommen, 6 sind nicht angekommen, 25 mittlere sind angekommen, 4 nicht und 2 lange hat er versucht und die sind auch beide angekommen. Macht eine Passquote von 91,8%. Das ist überragend, wie ich der Meinung bin. Und wenn man jetzt also alle Werte zusammenrechnet, komme ich auf eine Bewertung von ihm von 8,0. Ich gebe ihm jetzt 0,5 Punkte mehr aufgrund seiner Besonderheiten, also Akrobat und Finesse-Shot, denn das macht schon einiges sehr. Aufgrund seiner Hochmittel-Arbeitsraten und einfach auch aufgrund seiner Performance, seiner Statistik, in sechs Spielen acht Tore zu erzielen plus eine Torvorlage und dann noch dieser überragende Stat, also überragende Passwert, ja, kann ich nicht drumherum ihm jetzt eine 8,5 am Ende dann zu geben. Ist aber, wie ihr merkt, schon bedeutend weniger, wie ich es wahrscheinlich gemacht habe. Er hätte wahrscheinlich eine 9 oder eine 10 von mir bekommen, eventuell sogar. Ja, so soll es dann zukünftig aussehen. Ich hoffe, euch gefällt diese Idee. Lasst mir bitte auf jeden Fall einen Kommentar unter dieses Video da. Und ja, wenn euch das alles hier gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare, wie ihr das alles findet. Und dann bleibt mir nicht mehr, wie immer zu sagen. Macht's gut und ciao.